Ich sehe etwas, was du nicht siehst. Das ist grün. Das Blatt? Nein. Das Blatt? Auch nicht. Mach du inzwischen Feuer und ich nehme sie aus. Okay. Aber eins sage ich euch. In nicht allzu ferner Zukunft werdet ihr alle nur noch RBJ Musik hören. Das versichere ich euch. Und ihr werdet es, ihr werdet es lieben. Das ist so gut. Als deine Superkräfte begonnen haben auszubrechen. Ich mache alles ab. Und wirst auf einen anderen Planeten geschickt. Ich bin nicht nur ein Musik-Store. Was sind die Blöde? Was sind die Binex-Sensor? Was sind die Blöde? Was sind die Binex-Sensor? Lass mich ja raus! Das wollte ich niemanden sagen. Ich habe Superkräfte. Ich habe Superkräfte. Irgendetwas schlummert in mir. Und jetzt bricht es aus.